Ach guck mal da hinten, da dachte der bestimmt mit List, was soll ich mit nem Sixpack, wo ein Fässchen doch so preiswert ist. Und jetzt hetzen die Frauen, es kämen vom Saufen und Fressen. Nein Mädels, eure Männer haben so viel innere Werte, die nach außen pressen. Und im Übrigen gab es da eine Studie jetzt zu diesem Bericht, die meisten Frauen wollen den Sixpack nicht. Denn sie schämen sich dann, und das ist kaum zu fassen, bei so nem Adonis die Hüllen fallen zu lassen, weil es doch keiner Frau gefällt, wenn sein Aussehen ihres in den Schatten stellt. Also hört auf, auf dem Laufband rumzujücken, in ne Muckibude dat pumpen und drücken. Spar die die Sit-Ups, die Diätenpampe und heg und pfleg sie, deine Wampe. So wirst du dann am Ende sehen, dein Bäuchlein macht die Frau erst schön. Die Plauze wird zum Schönheits-It, die Welt spielt verrückt und wir spielen mit.